Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transformers Fall of Cybertron, ja wir sind mit dem Moment drin und noch wir müssen die Wop-Kanonen ausschalten, dafür haben wir die Hilfe von MetroPacks, das ist der große der oben steht, hallo, der winkt gerade noch schön und es geht darum, dass wir die Wop-Kanonen zerstellen Ich will da noch jemandem was, der sich trotzdem das ist die Wop-Kanonen Ah, ta. Machen wir mal was passiert wenn wir das Ding da einbauen Ich kann eher ein Mini-Pack oder so gebrauchen wie heißen oder Energon-Pack quasi also ja weil Ach mann Oh Naja Ich weiß sie sehen nicht so gesund aus aber das können wir schon gehen Ich mag Metroplex Metroplex Machen 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 mal aus dem weg hier mit dir so abgeschaut autobot transportschiff ach du heiliger ich glaube ich habe eine hilfe roll können Ha haaa! Stirb, Decepticon! Stirb! Stirb, du Bastard! Ah ne! Ha ha! We're gonna have enough bury what's left the vehicle! Grr, Andrew! Die Geist haben wir jetzt besser. Für die Decepticons kamen. Sie kamen mit einer Ferocität niemand hat gesehen. Wir Autobots waren Fighters. Wir hatten keine Erfahrung in Krieg. Wir waren nicht vorbereitet für die Legionen der Megatron. Legionen. Gladiators, die auf die Destruction und Mahion waren. Wenn wir die Möglichkeit haben, es war das Faktor, dass wir kämpfen, dass wir die Wahrheit zu kämpfen, für eine wahrheit, Freiheit. Da 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 da. Niemand bleibt sagen, dass wir hier sind. Decepticon hat die Reaktivation in einem Moment. Also wir bräuchten ja nochmal so einen Schlag von dem wir bei Metro Prax. Ähm. Ähm. Oh, never made it. Who's your big friend? We can't stay Warpath. We've got to move on to destroy the last warp captain. Optimus we're low on energon. There's more Decepticons coming in. You leave and- Optimus this is Ironhide. The arc shields are nearly gone. There's not much time left. Go. We'll cover you. No, we'll face them together. Stand tall Autobots. Here they come. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ouch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, wieder, äh, seh, eh, 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 ja, Perzeihung Gut Oh, ich bin so schlecht, echt ALERT! ALERT! Hey, hey, lass den Roller-Mountain erst mal hier! Jimmy, da ist den Weg! OUCH! Was ist denn das hier? Oh Freunde, der letzte Versuch, danach mach ich dann auf, wenn sie in diesem Fall wieder meh. Alter, was ist los hier? Kann ich denn gar nichts mehr? Halt, aua, 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 aua! Ja, ja, ich weiß, lass mich mal anmarodieren. Ach, vielleicht bin ich doch am Arm. Ach, Freunde, wir sind in der nächsten Folge, ich bin grad frustriert. Bis dann? Also, ja, ich bin noch bis jetzt bis dann. Tschüss!